Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir starten den Angriff. Den Angriff auf diese Schiffe. Los, Attacke. Achso, da ist ja auch noch eins. Egal. Weg hier, verdammt. Registriere Angriff auf alles über Fahrzeuge. Aber es funktioniert doch, wie ich es erwartet hatte. Ja. Wir sind stärker gegen... Okay, wir gehen gleich gegen Gebäude, also. Ja, dann müssen wir warten, dass die Pflug-Einheiten zurückkommen. Und ich werde noch... Oh, ein bisschen... Na, hier, genau. Verdammt, reicht nicht mehr. Wie viel haben wir denn? Fünf. Ei. Mach einfach noch eins. Schade. Ebenfalls, der erste Part hat halbwegs gut geklappt von meiner Vision, dass alle Schiffe überstehen und die, die langsam zu Leide gehen, noch, ja, dann zurückgebracht werden. Aber, naja, da die hier nur gut sind für Pflug-Einheiten, sind es überhaupt nicht gut. Verdammt. Registriere neues Fahrzeug. Den King-U-Boote macht los, okay. Also, die kann man erstmal hier nach hinten stecken. Einfach in die Tasche sozusagen. Ach, du heiliger. Was? Was hast du entdeckt? Was erzählst du mir jetzt? Moment mal, das heißt, ich kann mit meinem U-Boot da durch. Na, ist doch mal laut. Dann würde ich mal sagen, du kannst dich mal ganz bequem verpfeifen. Na. Das andere. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, genau das hier. Und du kannst erst mal hier. Wir werfen mal das Öl überbaut. Seht ja keiner. Und nun kommen wir mit dem U-Boot da durch. Äh, genau hier. Das heißt, man kann hier einfach, das sehen wir doch bestimmt, wann jetzt sie von hier so kommt. Muss man's auch rein theoretisch sehen, oder? Na los, U-Boot. Du wirst abtauchen. Du wirst abtauchen. Ahem. Du wirst abtauchen. doch interessant aber was haben wir jetzt zu machen setzen sie die Scout Drohnen unten mit die Baranähe ein müsste das ja funktionieren hier wurden Nuklearspringköpfe gelagert aber offenbar wurden sie alle fortgeschafft ich befürchte das Schlimmste Nuklearaketen deswegen hat Farther den Posten bewachen lassen hoffentlich lässt sich Mr. Thorne jetzt von der Drohnen gefahren und zeugen bestimmt na dann wollen wir mal gucken weiß ja ja hoffentlich helfen sie uns Global Trust und die Indien-Initiative auf unsere Seite zu bringen so fordern sie im Diplomatie-Interface die Unterstützung von Indien und Global Trust an hier ist Uran dann Raketen Farther scheint tatsächlich einen Angriff zu planen aber ich habe erfreuliche Nachrichten vom Vorstand wir gründen eine Allianz ihre Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt der Vorstand hält es für äußerst bedenklich wie es sich diese Angelegenheit mit Farther entwickelt Sagen sie Professor D wie das Global Trust den unterstützen wird aber ihr werdet mich auch unterstützen Farther entwickelt sich zu einer ernsthaften Gefahr da bin ich ganz auf deiner Seite also habe ich im Eden-Hauptquartier Druck gemacht das heißt ein Computer ist ja deine Beweise haben meinen Boss überzeugt wenn du noch an unserer Hilfe interessiert wirst kannst du auf die Ebene Nationale zählen nein danke sie haben echte Überzeugungsarbeit geleistet ich werde sofort eine Konferenzschaltung zu Mr. Rodriguez und Mr. Thorne einrichten wir haben es geschafft Mr. Thorne, Miss Rodriguez für mich ist diese Situation weit schwieriger als für Sie Farther war unsere höchste Instanz dennoch ist es evident, dass er gefährlich ist gefährlicher als wir womöglich ahnen wir müssen jetzt zusammenarbeiten wo? was? Ihr Supercomputer hat Waffen und Rohstoffe von Global Trust entwendet und bedroht womöglich weitere Firmenstandorte das verändert natürlich die Situation der Vorstand hat daher einer Zusammenarbeit zugestimmt ach du Heiliger unsere Arbeit hier ist fast erledigt also habe ich mit dem Hauptquartier gesprochen und von den neuen Beweisen berichtet ich habe eine gute Nachricht die Eden Initiative schließt sich der Kooperation an wie das ist ach du Heiliger habt ihr das auch gesehen? die ganzen Flugeinheiten? eieieiei also naja also es soll ja da hauptsächlich um Krieg gehen dieser kampagne ich bin gespannt wie es wird aber das werde ich natürlich noch nicht verraten oder ich selber wird es auch noch nicht mir angucken erst am nächsten tag kann sich jetzt schon nicht warten ich überlegs mir die kampagne ist wirklich super gemacht so anvertrauen der bevölkerung 28.000 wirtschaft 17.000 militär 14.000 entwicklung 24.000 gesamt 84.000 eigentlich nur noch zur missionsübersicht was gut wird gut ira demonstrantium das heißt sie haben jetzt alles beendet ja tja wie sieht es wohl im auge des sturm aus verraten werde ich es noch nicht und ansehen werde ich es mir auch noch nicht aber bis dahin tja